Warte mal, nö, nö, weißt du was, nö, nö, mach ich nicht, doch, wer denn mir ernsthaft den ganzen Weg hinterher, oh, uh, dieser Otto, oh, nö, oh my god, Vanny, Vanny, oh my god, Dancing Rabbit Lady, Loa Bonnie, Clamrock Bonnie, Loa, Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach, in der letzten Folge haben wir Chica's AI durcheinander gebracht, wurden von allen Animatronics durch ein paar Gänge gejagt, haben schlussendlich den Ausgang gefunden, wurden dann aber komplett geprankt und haben am Ende dann den Pass in die Daycare gefunden, yeah, und nun müssen wir uns mit Sun und Moon herumschlagen, wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen, Und jetzt viel Spaß mit dem Video Ja, Leute, willkommen zurück in Security Breach, wir haben hier aufgehört bei der Daycare und mache hier weiter, äh, ja, die Daycare ist wirklich einer meiner Lieblingsareas, aber auch irgendwie einer meiner nicht Lieblingsareas in diesem ganzen Spiel, ähm, also irgendwie mag ich die Sektion, aber irgendwie auch, irgendwie, irgendwie halt auch nicht, ähm, Was gibt's denn hier alles Cooles? L-Chips, Bold and Spicy, nice, ich geh einfach mal rutschen, Leute, wir, äh, rutschen mal in, äh, in den Fun, Fun, Leute, der Fun! Oh, komm, ich kann mich gar nicht erinnern, dass das so früh kam, Moin! Iiiiih, warum ist hier drinnen eklig? Oh, hi! Kannst du mal... Lass mich in Ruhe! Ja, ich lass die Lichter an, keine Sorge! Kannst du aufhören mich? So, aufpassen! Leute, wir machen jetzt hier, äh, äh, ja, so, take Security Batch, dieses Bild hier von Roxy, why? Hi, bro! Gimme! Okay, darf ich saven, bitte? Danke! Alright! Okay, äh, dann, ne, machen wir das mal, Sun! Oder, Moon! Ich frag mich, warum das überhaupt verbunden ist! Warum ist dieses Security Batch mit dem, mit dem Licht verbunden? Ja, aus, äh, Gründen! Das ist doch deiblich! Naidina! Okay! Oh Gott, hör auf zu lecken, Spiel! Fliegt der hier jetzt rum? Fliegt der hier jetzt rum? Okay, wir müssen den immer ablenken. Ähm, so... So ist das alles am einfachsten. Wenn wir den immer ablenken. Glücklicherweise weiß ich, wo einige von diesen Generatoren sind. Aber... Ich weiß halt nicht, wo alle sind. Oh! Moin! Ich find den Typen so geil. So ein lustiger, ey. So witzig unterwegs, der Typ. Aber... Irgendwie halt auch creepy, ne? Also, wo komm ich denn jetzt hier runter? Weil... Oh! Ich find die Atmosphäre in dem Game, vor allem in dieser Sektion... Wirklich creepy. Vor allem in dieser Sektion. Diese Sektion ist wirklich ekelhaft. Wenn's um Atmosphäre geht. Der ist so ekelhaft, ne? Kommt der hier rein? Ich glaub, der kommt hier gerade rein. Wie kann der damit aufhören? Warum bin ich in die scheiß Rutsche gegangen? Oh! Es ist so verdammt ekelhaft. Wo ist dieser verdammte Generator? Oh! Das, äh... Da war er mal eben kurz direkt hinter mir. Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! First try! Oh! Alter Schwede! Oh mein Gott! Oh! Ganz easy, Leute! Oh mein Gott! Alter, das war terrifying! Ihr könnt mir nichts sagen, aber die... Ihr könnt mir nichts sagen, ja? Diese Szene ist einfach nur... Also, diese Sektion im Spiel ist einfach nur verrückt, Alter. Die ist einfach nur crazy. Okay. Ja. Komm! Schmeiß mich raus! Jawoll! Security Alert! Security Alert! Freddy? Ja, lass mich rein! Hi, Chica! Oh, hi! Moin! Hi, Roxy! Gut siehst du aus heute mal wieder. Ja, ja. Sneak away, little coward. Shut up! Okay. Okay. Jetzt ist hier ja dieser... Uh, dieser Otto! Oh! Nö! Was war das denn? Hallo? Hallo? Was war das? Was hat der denn gemacht? Okay. Lass uns das jetzt richtig machen. Nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Moon. Du. Ach. Wir gehen jetzt. Ich will jetzt nicht mehr mit dir hier spielen. Oh. Okay. Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Penny! Penny! Oh mein Gott! Dancing, Rabbit Lady! Lore! Bonny! Clamrock Bonny! Lore! Lore, Guys! No more! Five hours? And they're gonna last five minutes! Ach ja, ist doch gut, Spiel. Entspann dich mal wieder, Spiel. Press Q to call Freddy for help. By the way, benutzt man diese Funktion wahrscheinlich zweimal in einem ganzen Spiel? Mhm. Warum bist du so dreckig auf einmal? Moin! Hallo! Äh, ich hab ganz vergessen, dass du hier bist. Was willst du eigentlich schon wieder von mir? Ach so, ich soll dir den Matt nehmen. Warte mal! Nö! Nö! Weißt du was? Nö! Nö! Mach ich nicht! Werde mir ernsthaft den ganzen Weg hinterher? Oh! Komm zurück! Ich nehm deine Fastmap. Ich muss erstmal warten, bis dein Kollege hier wegfährt. Hallo! Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Warte! Komm her, Kollege! Komm, ich nehm deine Map. Ja, freust du dich ja! Na, komm her! Na! Ja, danke! Vielen Dank! Okay, ciao! Freddy! Ähm, kommst du mit mir mit, oder nicht? Ich geh lieber mit dir hier raus, ehrlich gesagt, Freddy. Das ist mir lieber. Hi! Okay! Ich finde den Pizzaplex immer noch so geil, ne? Es sieht so geil aus, alles! Okay! Ähm, damals sind wir den Weg oben durch, äh, Elchips gegangen. Mit Roxy. Diesmal nehmen wir mal den Weg hier unten, würde ich sagen. Tja, Freddy. Okay, Freddy, ich geh dann mal, ja? Okay. Oh, warte mal. Ne, oder? Ne. Ach Gott, hier ist ein Loch in der Decke. Ihr wisst, was das bedeutet, Leute. Ihr wisst genau, was die Melodie hinter mir ist. Ihr wisst genau, was da für eine Melodie hinter mir spielt, ja? Oh. Oder auch nicht. Bro, du kamst aber ein bisschen spät, ja? Muss ich dir mal sagen. Ey! Slide! Ja, du! Bitte slide! Digga, als ob der da runterslidet. Oh mein... Ja. I should be able. Oder I am able. Kann ich Freddy callen? Schade. The new face of fun. Warum klebt das Poster von Toy Freddy hier? Ja, ganz ehrlich, was... Ich weiß ja, dass das hier alles so Nostalgie für die Fans und so ist, aber warum denn? Also, wenn das jetzt hier wirklich so eine Location wäre, so, warum sollten die dann dieses alte Poster hier hinlegen? So, es gibt doch bestimmt keinen von den Fans hier, der diese Location mit diesen Toy Animatronics mit irgendwas Positiven verbindet, oder? Also... Oh mein Gott. Was denn? Oh, hi, Chica. Was machst du hier? Warum bist du hier? Lüfff! Ah! Mei! Moin, Chica. Wie geht's denn so? Äh, safe. Recharge Flashlight. Warum recharge ich das eigentlich die ganze Zeit? Ich benutze ja gar nicht. Chica, bist du weg, ja? Take Security Badge. Ja, take das mal. Ich nehm das liebend... Liebend... Liebend gerne. Ah, oh mein Gott. Oh, wow. Ah, Chica loves pizza, ja, das haben wir schon bemerkt, ey. Welcome to Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Ah, er liest eh vor. Oh, danke. Ah. Add sauce. Ah. Add cheese. Wo ist cheese? Hier ist cheese. No, I would not. Meat, meat, meat. Habe ich hier drüben gesehen. Hier ist meat. Ja, okay. Not meat? Was ist zum Teufel not meat? Add not meat. Veganes Fleisch, oder was? Hier, ich hab's gesehen hier. Bake Pizza. Warum leckt es hier so, Digger? Ich glaub nicht, dass sie das Spiel optimiert haben. Zumindest nicht genug. Warum dauert das so lange? Take Pizza. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein Gott. Okay, die Zeit läuft aber nicht mehr ab. Also, oh, was passiert? Ha, Moin Chica. Grüß dich. Oh. Ha? Ernsthaft? Ich, ähm, hab absolut keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Und warum ich das getan habe. Aber also, es hat funktioniert. Heißt, ich beschwere mich nicht. Aber die ist doch jetzt hier. Exit to Docks. Ich muss die Docks finden, ne? I run. Hi, Chica. Hi. Ich bin versteckt. Du, äh, findest mich nicht. Wie, wo ist die? Ich hab keine Tür gehört. Die ist doch nicht weg. Die ist hier safe noch. Aber ich hör sie nicht mehr. Muss ich erst dort aktivieren, oder was? Kann ich, sag mal. Kann ich also... ...gehen oder nicht? Ich mu... Wo muss ich hin? Wo muss ich denn lang? Security Pass 3. Security Pass 3. Wo muss ich lang? Äh, äh. Es gibt hier gar keinen Weg raus. Äh. Okay, äh. Ich muss doch hier durch diese Tür durch. Oder nicht? Warte mal. Ich... Was? Wie hier hab ich das gemacht? Warum... Ich frag gar nicht. Aber irgendwie hab ich einen Dialog getriggert. Das hier? Hm. Ich kann hier nicht rein. Also ich bin hier hinten, bin ich blau. Hier hinten bin ich safe scheinbar. Also mein Icon da unten ist blau. Was? Was hat die gemacht? Hä? Die hat die Tür aufgemacht. Was? Was? Was ist eine weirde Scheiße? Warum? Oh mein Gott. Wo ist Chica? Ähm. Wo ist sie? Ich seh nichts. Oh mein Gott, Alter. Wo bin ich denn? Nein, Kameras brauch ich. Ha. Moin. Moin. Da hinten bin ich drinnen. Ne, da hinten bin ich drinnen. Heißt, sie muss jetzt weggehen. Ich muss wahrscheinlich in diesen Raum rein. Ey, der ist komplett voll mit Staffboards. Wie soll ich da reinkommen? Sie ist jetzt da hinten. Sie ist dort durch die Tür gegangen. Ich weiß halt nicht, wie diese Rollways hier alle connected sind. Ob sie überhaupt connected sind. Oh ja. Hier ist irgendwas. Okay, ich bin in diesem Raum. Ich muss... Wo muss ich hin? Scheiße. Ich muss irgendwie zurück. Ich bin dort in dieser Box, glaube ich. Ich muss wahrscheinlich... Also, wenn diese Kamera dorthin guckt, dann muss ich wahrscheinlich dort hinten durch oder dort durch. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist halt... Ist da noch eine Tür? Dort ist auch noch eine Tür. Da sollte es aber nirgendwo hingehen, glaube ich. Dort ist auch irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Ach, das sind die Waschmaschinen. Die Laundry. Heißt, ich würde sagen, dass ich dort hinten durch muss, aber... Was ist dein Problem? Scheiße. Warum callen die die ganze Zeit? Oh, fuck. Scheiße. Jetzt haben wir Chica auch hier. Ach, goddammit. Dort hinten ist Chica. Bitte guck nicht in den Locker rein. Danke. Ich bin dort in diesen Locker drin. Heißt, wenn Chica da reingeguckt hätte... Das ist ziemlich scheiße. Okay, Chica geht dort hinten jetzt lang. Ich versuche mal... Boah, ich habe keine Ahnung. Dort bin ich doch aber gar nicht, oder? Hä? Dort bin ich nicht. Wait. Doch. Ja. Scheiße. Fuck. Chica, bitte geh weg. Bitte, bitte, du Pisser. Bitte, Chica. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht, Chica. Ich bin hier nicht. Bitte, Staffbot. Lass die durch. Lass die durchgehen. Oh, mein. Was? Was? Oh, mein Gott. Was? Wie hat das funktioniert? Wie? 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 Ich bin dort hinten drin. Okay. Goddammit. Wie komme ich hier raus? Scheiße. Ich muss irgendwie zurück. Oder muss ich zurück? Was ist das? Das ist der Eingang hier? Ja, das ist dieser Eingangsbereich. Also ich muss wahrscheinlich einfach nur den Exit-Schildern folgen, oder? Hier ist Exit, Exit. Gibt es hier auf der Cam noch Exit-Schilder? Ja, wahrscheinlich hier hinter mir. Aber, ja, dort. Aber wie komme ich dort rein? Da komme ich nicht rein. Dort hinten ist der Exit. Ich muss irgendwie von hier dort hinten rein. Ach, dort. Man kann dort einfach durchgehen. Chica, du hast mich nicht gesehen. Ich hoffe, Chica ist dumm. Oh, bitte sei dumm. Bitte. Chica, bitte. Nein. Ja. Oh mein Gott. Digga. No fucking way. Chica ist so dämlich, ne? Was zum Teufel? Ich bin so froh, dass Chica dumm ist. Was? Nö. Ganz ehrlich? Nö. Ganz ehrlich, nee. Oh, Katzin. Fucking hell. Vanessa. Oh mein Gott. Vanessa. Ich bin dir so dankbar, dass du mich gefunden hast, ja? Ich bin dir so dankbar. Junge. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, hier cuttet es jetzt wieder zurück zu der Szene halt einfach, zu der Vanny-Szene. Okay. Oh. Weißt du nicht, wie man eine Kamera benutzt oder was? Alter, was? Okay. Ja. Vanny. Oh nein. Der große Gegner, Leute. Er ist es. Der große Gegner. Oh nein. Vanny. Vanny. Es ist Vanny, Leute. Ja, okay. Komm, Vanny. Lass es gut sein. Lass es gut sein, okay? Oh. Ist Vanny schnell? Ist Vanny schlau? Vanny smart? Ist Vanny smart? Oder eher, oder eher nicht so? Oder eher, nein, leider gar nicht. Da oben in dem Kinderwagen bin ich drin. Vanny? Oh mein Gott. Leute. Das ist der große Gegner von diesem Spiel, ja? Das, Leute. Das ist der Hauptcharakter von diesem Spiel. Das ist der Hauptgegner. Den, den ihr dort hinten rumwatscheln seht, ja? Das ist der Hauptgegner in diesem Spiel. Oh. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Vanny ist so traurig. Oder Vanny ist ein gutes Konzept, aber so kacke umgesetzt. Ja, ja. Oh, nein. Die Rabbit Lady. Nein. Äh. Okay. Oh. Alles klar, Digga. Äh, ja. Alles gut spielen. Oh mein Gott. Krieg dich ein. Äh, ja. Vanny. Ist Vanny hier? Oh, nein. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, sie ist hier. Ja, lass mich doch rennen, Digga. Lass mich erst mal saven, ja? Okay, danke. Oh. Oh. Vanny. Und das war es auch mit der zweiten Folge von 590 für die Security Breach. Checkt doch gerne die letzte Folge ab und lasst mir den Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch diese Serie gefällt. Und aktiviert auch die Glocke, damit ihr zukünftige Uploads nicht mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020